Was sehen wir hier gegen das Anpass? Ich hole es mal ein bisschen ab. Aber man muss gar nicht sagen, schön. Hä? Wieso war ich denn unsichtbar? Hm. Ah ja. Das war wieder mal nicht gut. Verdammt. Verdammt. Oh, verdammt. So wird das bestimmt nichts. Klar, ich bin jetzt nicht in meiner Lieblingsrolle, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht bin in dem, was ich hier jetzt mache. Fasselte Bestrafer! Er soll unsere Feinde in Stücke reißen! Ja, gut. Oh, Schuss. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Genau, das habe ich mir gedacht. Warum sind eigentlich alle permanent tot? Ich meine, klar, ich bin jetzt auch nicht gerade so... Sehr gut. Was, was man hier als den Besten sich auf dem Feld bezeichnen kann. Oh, ja. Oh, ja. Man muss auch verlieren. Mhm. Forstert. Hm. Okay. Alles klar. Ich bräuchte mehr Reichweite auf meine Kanonen. Sonst, äh, haut das nicht los. Ah, komm schon. Wir haben verloren. Was ist denn scheiß? Wir haben drei Level vor uns. Wir haben keine Chancen mehr, außer der wird jetzt hier noch... SSP. Hatte ich den nicht schon mal als Mitspieler? Ja. Ich kann schon... Ja. Ja. Und wir sind definitiv leicht angearscht. Und das schon nach... Letztendlich. Geil. Ja. Geil. Ja. Ja, ja. Ja. Da. Oh, in der Mitte. Na geil. Ja, da habe ich mich doch auch noch drum gemacht. Ja, da habe ich mich doch auch noch drum gemacht, ja. Mist. sicher doppelt so schnell drei sekunden da nehme ich lieber die kanonen wenn ich die theoretisch irgendwo hinlegen könnte wenn ich die irgendwo hinlegen könnte als wie auch immer wenn ich die irgendwie gut positionieren könnte von vorne rein jetzt hier praktisch schon um den schrein oder so weil ich die eben hier hinsetzen versuch es einfach geht ja nichts anders und raus wieso immer ich verdammt mann mann es gibt es nicht ich muss einfach die hier mal okay nicht so gut ja würde ich ja gern aber irgendwie haben wir es total fast auf könnte man nicht mal wirklich sagen dass ich jetzt der von den Werten her kann man nicht mal sagen wer dran schuld ist das ist bestimmt mit dran schuld er ist zwölf mal gestorben ist zweimal mehr wie ich und ich bin einfach nur zu oft in die Falle getappt viel zu oft in die Falle getappt und das war's schön das ist total scheiße die flammen der Hölle werden niemals vollständig erlöschen tja naja gut oh oh war das schlecht ich brauch jetzt zwei gute Spiele oder zwei normale Spiele die nicht so desaströs enden wie das hier jetzt ähm immerhin komm ich mal im Ziel jetzt näher hat einer noch ne Abrissbirne verlangt oh ja naja vielleicht kommen ja später noch ein paar Zuschauer dazu wer weiß wer weiß haben wir erst halb sieben da ist noch ein wenig Platz für ja ein bisschen Platz für mehr Zeit wie auch immer äh obwohl ich jetzt schon müde bin ähm erstmal was trinken Moment wenn oh da fehlt einer das ist nicht gut das ist nicht gut wenn da einer fehlt das ist tatsächlich nicht gut so das müsste ich nochmal reinstellen ähm ne da fehlt einer und deswegen startet es jetzt nicht irgendwas ist mit dem los äh ja der Spieler war nicht dabei deswegen hat das Ganze jetzt abgebrochen ist ja abartig wieso es wurde kein Spieler gefunden der nach einer Gruppe sucht markiere das auch wirklich um zu signalisieren dass du eine Gruppe suchst schön wie viele Leute sind online kann man das hier irgendwo sehen verdammt so und solange ich jetzt nicht im Suchmodus bin könnte ich theoretisch gefunden werden dann würde ich hier 50% äh Erfahrung bekommen und ähm das Ganze wird viel schneller gehen nur müsste ich dafür erstmal eine Gruppe finden aber die Gruppen sind wahrscheinlich alle am irgendwo am spielen ich weiß nicht ich warte vielleicht nochmal 1-2 Minuten um zu gucken ob da einer auftaucht und ähm dann mache ich weiter ist ja ein Stream da kann man sich ja ein bisschen Zeit lassen ähm ja soweit so gut es tut sich aber irgendwie nichts tja und da hat man hier eigentlich schon wirklich 7 oder 8 Freunde und 2, 4, 6, 7 7 Freunde tja auch keiner ist online und keiner will irgendwie eine Gruppe naja was soll's gut dann ab ins Spiel wenn keiner eine Gruppe haben will Abrissbirne verlangt na abrissbirne verlangt hm 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 tja wirklich viel los ist im internet jetzt grad nicht so mindest nicht auf meinen seiten naja naja was soll's äh ja kann ich mir eigentlich schon wieder richtig hinsetzen hab ja im Bildschirm drüben eh ausgemacht von daher ach ja hm 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 alright euch helden dieser welt das gleichgewicht zu bringen die schlacht beginnt in zehn sekunden verursachen zu lassen schaden nehmt wieder das kann ich bei den türmen ein bisschen was ausrichten aber wenn ich denn so weit komme das ist dann wieder um die andere sache wieder die drachen das ist natürlich und ich habe ein problem okay meine bombe hatte tatsächlich erwischt ist ja unglaublich thema haut ein bisschen mit rein schön schön ich habe doch mal erwischt das war zu nah woher hat mich erwischt irgendwas hat mich erwischt konnte ich noch eine kanone setzen die jetzt schön weiter angreift und mir gleich wahrscheinlich noch die schrecklich hätte noch ein kill einbringen kann es drachen euch slightly problems nur kleinigkeiten nur kleinigkeiten ein problem ich heile mich nicht macht uns fertig und gut ist natürlich wenn ich dann in single-fights drin bin oder in fights mit mit den dienern was ist jetzt mal los eine länge schaden genommen so 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 und stelle ich da mal einen hin stelle ich da rein und ja ganz geholfen hat es nicht schade 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 ich dachte es hätte hingehauen hm ist nämlich hat ich ich